Hallo und herzlich willkommen bei Malen mit Anke. Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Gemälde mit Schwarz übermalen kannst und nach dem Trocknen dann ein neues Bild darauf zaubern kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Videoschauen und wenn du Fragen hast, stell sie gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch deinen Daumen hoch da und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere auch gleich meinen Kanal. Herzlichen Dank und alles Liebe, deine Anke und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020